hallo hat und ja willkommen zurück ja 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 trupp und kennen war das gibt sich irgendwann wieder jetzt die glückwunsch okay ich würde sagen wir gehen mal wieder auf pause und hauen hier müssen natur ein bisschen bunte blumen hier nehmen machen wir das jetzt machen wir dazu du da lang Ich würde jetzt dahinter nicht unbedingt lang gehen. Aber viel wichtiger ist die Frage, was setzen wir jetzt hier in der Mitte rein? So, zack. Machen wir das selbe Spiel hier nochmal. Wir machen das so. Aber wir gehen hier mit derselben Pflanzen lang und nehmen hier nochmal eine andere Farbe. Ich glaube, das kommt soweit ganz gut. Eichstrecken sind halt nicht gleich lang, ne? Bin jetzt echt mal gespannt. Genau, nur die Sache ist, was machen wir jetzt hier rein? Wie schmücken wir das hier auf? Ist jetzt hier einfach nur Hecke hier hinter? Wir werden das gleich mal ausprobieren. Wir lassen das erstmal frei, bis mir dann die richtige Idee gekommen ist. Ja, und dann hier noch eine andere Farbe rein. Wir lassen das erstmal so. So, bis es mir jetzt die Idee gekommen ist, was wir hier jetzt machen. Jetzt hier nochmal. Haben wir irgendwas in Europa, was relativ klein ist? Das ist relativ wenig Platzbedarf. Ich würde schon sagen, Schildkröte Europa? Schwierig. Ich würde schon sagen, Schildkröte Europa? Schwierig. Ja. Das ist schon mal ein anderes Ding. Ich dachte, Schwein habe ich schon. Hirsch. Auch sehr viele Tiere. Ich würde jetzt einfach schon mal sagen, setzen wir hier noch Vivarium rein. Ist halt die Sache mit was für ein Tier. Schildkröte. Ziematterlinge haben wir. Pillenreher. Dann Feuersalamander. Drei Männchen, drei Weibchen. Das ist gut. Machen wir das so. jetzt gehen wir mal alle Tiere in einem Park, aber ich glaube das schafft man rechnern nicht. Mann da. Einmal alles. Temperaturen naja, sagen wir mal 20. Und 65. Senken, senken, senken. Moment. Ja doch, das finde ich doch schon viel besser. Haben wir das eigentlich alles hier genommen? Nee, hier nicht. Nee. Ja, hier haben wir bloß die Hälfte gemacht, ey. Oh Gott. Das wirkt so viel, viel besser. Den schmeißen wir den Rechner hier mal wieder an. Ein bisschen lernen wollen wir ja auch. Okay. Hier ist der Kamburg. Und Und eine Schraube. Gut, dann binden wir das ein und lassen wir hier die FPS mal wieder sinken. Yay. Erstmal halbiert. Arbeitsbereiche. Arbeitsbereiche. Na ja, haben wir ja schon einen Großteil bebaut. Die müssen wir auch auf jeden Fall schmücken, ne? So. Dann müssen wir hier mal testen, ob wir hier nicht ein bisschen dichter kommen. Ja, hier sind sehr viele von euch. Das funktioniert. Das ist sehr gut. Die haben einmal hier einen Eingang drinne. Hier unten haben wir einen Eingang. Nur überlegen. Wenn wir hier noch einen Eingang reinsetzen, haben wir denn noch einen Eingang? Eingang. Dämmerung. Oh ja. Ja, und jetzt dich erstmal weg. Lass uns schon zu Eingang. Ne, ich will dich haben. Ne, brauche ich ja erstmal nicht. Ich möchte hier genau in die Ecke rein. Gelände abflachen. Kann man das... Oh, was kann man machen? Dürfen wir halt nur nicht. Naja, so viel ist gar nicht passiert. Das ist schön. Den müssen wir noch ein bisschen weiter wegreißen. Da können sie von hier auch noch reinkommen. Ja, da stehen sie und warten. Das ist schön. Ähm. Wie sieht es aus mit Licht? Das wäre mal entscheidend. Die müssten ja jetzt eigentlich reinkommen. Und jetzt hätten wir das. Infozentrum, genau. Oh, die Leute kommen. Die Leute kommen. Äh, Arbeits... Arbeitsbereiche möchte ich. Danke. Kriegen wir hier noch irgendeine Bänke hin? Was haben wir hier für Bänke eigentlich hingesetzt? So durchschnittlich. Ach die, gut. Wir brauchen definitiv mehr Bänke. So, wir liegen immer wieder dekorieren. Das steht auf jeden Fall fest. Hier können wir keine hinsetzen. Ja, da wo es geht, müssen wir welche hinsetzen. Dann hätte ich die Wege auch ein bisschen abflachen können. Ne, Energie leidet ein bisschen auch. Auch trinken leidet. Ja, hier ist so eine... Hier ist so eine... Grenzform. Jetzt kommen sie. Oh, was... Was haben wir denn wieder? Emu, Überbelegung. Ja, das machen wir gleich mal, ne? Emu, Überbelegung. Was ist mit den Tigern jetzt? Zu lange Transportboxen. Kommen sie jetzt runter oder nicht? Was? Platz. Kann nicht wahr sein, ne? Königstiger. Ja. Hier, Beide bleibt. Nehmen wir dich noch mit. Hier haben wir zwei Männchen, zwei Weibchen. Die müssen wir erwachsen werden lassen, ne? Entspannig. Ich habe doch gerade nur meinen Plan festgelegt. Hier, freilassen. Müssten doch hier runterkommen. Ich habe doch hier angepasst. Wenden. Postgruppe trennen. Und hier rumsitzen. Eigentlich sind es der Tiger. Eigentlich sollten sie ja da runterspringen. Gesprungen kommen. Wir legen nach da. Wir legen nach da. Wir legen nach da. Wir finden jetzt besser. Ja. Oder habe ich jetzt die KI kaputt gemacht von denen? Ich weiß es nicht. Neun Monate. Neun Monate. Neun Monate. Haben wir denn noch Flachland-Corolla? Die sollten ja... Ja, wir haben da schon eine ganze Menge von. Die mögen sich. Das ist gut. So. Kommen sie jetzt eigentlich in Europa zugange? Ja, so nach und nach. Hier sollte ich noch ein paar Monitore hinsetzen. Ja, aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao. 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 Vielen Dank.